Was ist nur bei Till Schweiger los? Schreiend wird Till Schweiger von einem Freund in ein Krankenhaus auf Mallorca getragen. Wenig später erklärt er beim Verlassen der Klinik, er habe sich einen Arm gebrochen und den anderen angebrochen. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der Schauspieler eine Sepsis, also eine Blutvergiftung, bekommen hat. Weitere Details zu seinem Zustand oder den Umständen der Verletzungen sind nicht bekannt.